Ahaha, ihr könnt es da! Ihr könnt es da! Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, hier ist der Dummschwätzer Diesmal mit Facecam verfickt nochmal, und wer nicht, bumm ich dir nicht hier Man kann im Moment 3 Tage kostenlos das spielen Vielen Dank nochmal für den Tipp, du bist da unten eingeblendet Du bist nämlich auch derjenige, der das Spiel vorgeschlagen hat generell Ja, da unten eingeblendet und da auch Da bei Suburnation, da Da höchste Kanal, klick mal drauf Jetzt bei neuer Zombie Boss Ähm, ich weiß nicht, im Garten Kommando Modus kannst du alleine oder mit anderen spielen Verteidige deinen Garten, ich mach das einfach mal kurz Ähm, ich will einfach das kurz, ne, um mich ein bisschen einzuschniedeln Also, ja, ok, jetzt ist da sogar irgendjemand dabei, hallo, hallo Hallo, aber, na, keine Ahnung, ob ich das gehört Wer hat die Erbsenkanone, hallo Ich nehm einfach die Erbsenkanone, los Chili Bohnenbombe Geil, ich möchte diese Chili Kanonenbomben Torte Ist da nicht dieser Dappi Dappi Dave, Dapp Dave, äh, drin? Hallo, hallo, hallo Ha, also wir müssen jetzt schnell, wir müssen schnell in den Garten Woah Oh Geil, diese Erbsenkacke gefällt mir am besten Er ruft die Zombies an, wenn er meint Wie, ähm, wie geht das? Nachschub im Stickerladen Ich muss in die Stickerlade Ich muss in die Stickerlade Da ist ja da ein Kaktus I wanna be a Kaktus Stand still motherfucker Ey, das ist echt, ähm, das gefällt mir schon ziemlich gut hier, das Spiel, äh, einfach wie das hier gemacht ist Aber die Maus, die Maus, Mausempfindlichkeit, äh, kann ruhig noch ein bisschen mehr Ja, ja, ja Gar, nee, record, Fleisch, hein Fi- geh Kriegt die mich auch an? Die Zombies, oder wollen die nur zum Garten Ey, das Spiel gefällt mir voll gut, oh Gott Leute, wenn ihr reich seid, kauft mir das Spiel Ich bin degen Monate total leergeballert, egal, ich kann seit drei Tagen kostenlos spielen Ey, das wär was, wo ihr dann auch mitwirken könntet, ihr Schlawiner Die alten Zuschauer hier, oder jungen Zuschauer, je nachdem, wie alt ihr seid. Boah, ich schieße jetzt meine Wurst da unten, was? Wow, wow, das hat mich ja wirklich hervorragend hinbekommen. Äh, bin ich gerade voll gut oder was? Fahre ich mal. Bam, bam, schießt der auch da hin? Geh, geh mal fort. Ey, ist so cool. It makes so fun, it's so funny. Vor allem hab ich zwölf gekillt, ich bin der Bäsch auf der Welt. Hey, ja klar, du kannst fliegen. Hm, erzähl mir mal, erzähl mir mal lieber keine Geschichten. Ha, die Fresse. Yes, ich bin so gut. Let's start this zombie-bam. Brains, bitches. Au, 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 enzian. Boom, headshot. Die haben wir ja locker, oder? Leute? Leute! Gut gemacht. Peasy, peasy. It's a fucking peasy. Aber ich wollte ihm gerade in den Arsch reinkrabbeln. Also, um zu gucken, aus was die Bombe ist. Ich hab heute so gute Laune, das glaubt ihr gar nicht, weil ich genau weiß, wie die Facecam geht. Hab nämlich getastet kurz, ich. Hier, ich rette dich. Bitch. Oh, das ist mein Lieblingsspieler, ähm, Doc Balder. Thank you, Doc Balder, you're so fucking amazing, I love you. Wo? Wo ist der Dab-Dave? Double Dab. Wo ist der Dab-Step-Dave? Ich will nämlich doch schnell, ähm, 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 Sachen pflanzen können. Was ist das denn? Ah, die Minen, die Ding-Minen. Okay, geil. Da, ich will jetzt was pflanzen können, aber ich muss ja essen. Ich bin echt traurig jetzt. Das ist scheiße. Boom, headshot. Da ist, da ist ein Pirat dabei. Ah, amazing. Ja, klar, spring mal eben davon, Sack. Aua. Hey, schieß mich da an. Wuhu. Hey, es ist so cool, das Spiel. Oh Gott, macht das Spaß. Boah, ich werde es die Nacht durchsuchen nach der Aufnahme. Alter, fick die Kacke. Es wird nicht Schlimmes kommen, oder? Hey. Also, wir gewinnen. Wir gewinnen. Halt, ich glaube, ich erst, wenn ich tot bin. Das Portal der Hölle. Oh, meine Bombe ist da hängen geblieben, verarscht mich nicht. Ja, I'm a fucker. Wow. Alter, das ist so cool, das macht so Spaß. Das ist so bunt. Das ist voll durchgeknallt und sowas. Geil. Ey, ich glaube, ich kaufe mir das. Oh, es kostet so viel. Oder? Kostet das gerade viel? Ich will den Boss, ich will den Boss, ich will den Boss, ich will den Boss. Ahaha, you get it there. You get it there. Ja, klar. You get it there. Alter, Boss will abgeschlossen. Let's dance, let's have a plant dance. Achso, ja, schnell zum Deppen, Dave. Wo ist der denn? Wo ist der, der Affe? Affe, ich kann, ich bin voll unhilfreich. Ich meine, gut, ich habe die meisten Kills, aber ich will doch auch Sachen pflanzen können. Ich kann ja nicht immer die meisten Kills haben. Da, mein Schei, meine Scheiße für euch. Woohoo! What the fuck is that for a, for a, verrückte Professor? Ja, ich habe ihn getroffen, habt ihr das gesehen? Ich habe kurz die Kamera gesucht, wo muss ich denn jetzt reingucken? Mech von, mech von unserem Scheiß. Krass, krass, wie alles in den Luft fliegt, es ist so geil. Guckt euch mal den da an, wie der aussieht. Ich mache dann einfach so einen Garten, ich sage dann, hey Leute, an Tag X um Y Uhr mache ich so ein Spiel auf, so einen Garten, kommt einfach rein. Muss man sich da bei Origin befreundet, 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 befremdlich befreunden? Achso, da, wie es da steht, so heiße ich. Bei Aerogyne. Das ist so cool, das ist so cool. Oh fuck, bleh? Are you fucking insane? Are you in a coffin? You're in a coffin, you're gonna die. Bam, bam, booyah, schacker. Ja, komm, ja, das können wir doch anpeilen, oder? Dann spielen wir alle zusammen. Also je nachdem, wie viele da reinkommen. Also wenn nur drei reinkommen, spielen wir halt so vier. Also drei Fremde und ich. Aber ich würde auch so gerne Zeug pflanzen, ich bin bestimmt voll reich. Ich könnte bestimmt voll viel Zeug pflanzen. Guck mal da, das da zum, was, das müssen wir ja, das müssen wir ja beschützen? Okay, dann gehe ich da hin. Weg von dem scheiß Garten, I'm gonna freak you. Garten hier oben, schütze ich. Runter, du, runter vom Raser, aber ganz schnell, mein Freund. Und du auch. Was? Aber das war doch nicht mein Garten. Fuck. Diese, diese Ding merkt mich ein bisschen, die schieße so und die fliegt vor mich. Hau drüber, das Zeug auf den Kopf. Oh, oh, guck du da, guck du da, guck du da. Sehe nicht, diese scheiß Wolke hier. Ist ja wie bei, wie bei Only If. Total, total easy, total easy. Wow, wow, hallo, mein Herr. Voll daneben geschossen und wie oft, ich hab's gesehen. Vielleicht bin ich tot. What the fuck did they take? Aber, liebe Dach. Nein, das sind keine Gummibäcke. Aber, liebe Dach.